Das ist Chaba. Chaba ist Musiker. Doch was ist das da neben ihm für ein Instrument? Das ist ein Kontrabass. Ganz schön tiefe, dunkle und brummende Töne, die der Kontrabass da von sich gibt. Der Kontrabass ist etwa 1,80 Meter hoch. Er ist in etwa so groß wie ein erwachsener Mensch oder wie neun Fußbälle. Eine Seite ist ungefähr einen Meter lang. Die Seiten sind außerdem nicht nur sehr lang, sondern auch sehr dick. Wie soll ein Kind denn so ein großes Instrument spielen? Zum Glück gibt es auch Kinderbässe in verschiedenen Farben und Formen. Kinder können mit sieben Jahren anfangen Kontrabass zu spielen. Chabas Kontrabass hat vier Seiten. Wenn er aber im Orchester spielt, hat sein Kontrabass fünf Seiten, da oft noch tiefere Töne gebraucht werden. Vom Spielen auf dem Kontrabass hat Chaba schon eine richtige Hornhaut auf den Fingerkuppen. Wie spielt man auf einem so großen Instrument eigentlich? Natürlich kann Chaba im Stehen spielen. Aber der Kontrabass wird nach einer Weile ganz schön schwer. Deswegen kann er auch auf einem Hocker spielen. Dabei lehnt Chaba sein Instrument schräg an seinen Oberkörper. Der Kontrabass wiegt je nach Größe und Bauart fünf bis zwölf Kilo. Das entspricht in etwa dem Gewicht von tausend Bonbons. Chaba kann die Seiten des Kontrabasses mit den Fingern zupfen oder seinen Bogen verwenden. Dabei hält Chaba mit der rechten Hand den Bogen und streicht damit über die Kontrabassseiten. Das heißt, der Ton entsteht durch Streichen oder durch Zupfen. Die Tonhöhe bestimmt Chaba mit seiner zweiten Hand. Er drückt immer im Wechsel auf verschiedene Seiten. Dabei greift er mal weiter oben und mal weiter unten. Je nachdem, ob er die Seiten weiter oben oder unten am Griffbrett abdrückt, spielt Chaba tiefere oder höhere Töne. So kann Chaba viele unterschiedliche Töne erzeugen. Falls sein Kontrabass nicht richtig klingt, kann er ihn an den kleinen Drehgriffen oben am Hals wieder stimmen. Der Kontrabass wird aus Holz hergestellt. Dazu werden drei verschiedene Hälzer benötigt. Fichte, Ahorn und schwarzes Ebenholz. Für die Decke verwendet man das Holz der Fichte. Für den Hals und die Zargen benötigt man Ahorn. Zu guter Letzt fehlt nur noch das schwarze Ebenholz. Das findet man am Griffbrett und im Ober- und Untersattel. Und zum Schluss spielt Chaba noch sein Lieblingslied. Fichte, Ahorn und Schwarz Ahorn und Schwarz